liebe perfümer fans ich kläre euch heute im video die frage auf warum sind parfümer im onlinehandel oftmals super günstiger als im als in einer stationären parfümerie wert sammer douglas müller etc du musst das ganz mal so vorstellen eine parfümerie hat super hohe fixkosten und verkauft auch nicht auf masse das heißt da kommt einer rein guckt sich die waren geht wieder raus und kauft dann vielleicht eine parfümflasche oder vielleicht auch zwei ein bisschen kosmetika vielleicht und hiervon muss man aber auch noch die kompletten fixkosten decken jetzt muss ich sagen parfümer sind grundsätzlich im einkauf im großhandel nicht sonderlich teuer nur müssen die eben hier mit diese riesen fixkosten belastung von miete in einer top stadtlage qualifiziertes personal eine konzernzentrale müssen die dann auch noch bezahlen also dass das sammelt sich alles auf was die durch einzelne verkäufe alles decken müssen im online handel ist es aber nicht so im online handel ist das firma so da ist man ziemlich simpel aufgestellt man muss ein kleines lager haben edv haben und wenn man super viel zu tun hatte holt man sich dann vielleicht paar mitarbeiter ein das war es aber auch und hier raus ergibt sich dann ein niedriger preis da denkt man eher kaufmännisch denken man sich okay ich habe jetzt waren wert von 100.000 euro aufgekauft ich möchte jetzt in zwei monaten verkaufen auf die 100.000 euro mache ich jetzt 10 10 prozent gibt gewinn drauf also 10 prozent gewinn marge das wäre wenn alles weg wären zwei monaten 10.000 euro mal sechs wären das 60.000 euro im jahr das kann sich natürlich der stationäre handel nicht leisten wie gerade schon gesagt fixkosten ganz groß hier hinzu kommt auch noch also im online handel herrscht ja schon fast ein volkswirtschaftlich gesehen vollkommener markt das bedeutet man hat super viele anbieter und diese anbieter unterbieten sich immer weiter und weiter bis sie man irgendwann so eine mindestmarge bekommen würde ich sagen näher darauf da da verkaufe ich nicht mehr für dritter punkt online händler sind organisatorisch oftmals super im einkauf eingestellt die kaufen jetzt nicht einfach nur beim deutschen großhändler auf sondern es gibt super seriöse großhändler innerhalb europas die oftmals zu viel war auflage haben etwas rausgeben weil die liquide sein müssen oder auch aus wechselkurs effekten kann man auch einen guten preis bekommen das war zwar letztes jahr so wo das britische fund ziemlich günstig zu kaufen war also da kommt man günstiger beziehen vierter punkt es gibt einfach wenn ihr so viele online händler habt da gibt es einfach viele die haben da aus versehen vielleicht einen falschen preis eingegeben das passiert wenn es ein mitarbeiter und praktikant vielleicht gemacht hat das kann passieren aber eher selten es kommt aber auch dazu es gibt firmen die sind ein geld not die müssen sagen man kredit tilgen wie auch immer und dann machen die hauen die einfach irgendetwas raus denken sich na komm habe ich hier mit werbung gemacht aber es gibt immer vorsicht wenn der preis deutlich günstiger ist als von anderen zuliefern die schon deutlich günstig sind da stimmt irgendetwas nicht da kann irgendetwas nicht stimmen ich bei manchen preisen ist das so ich rechne das ganze durch und ich sage mir mein gott die machen ein fettes minus und da muss man eben aufpassen es gibt firmen die im ausland sitzen insbesondere bei chinesischen händlern kauft da da würde ich nicht einkaufen ja da ist einfach ich meine da geht so eine rote waren leuchte an chinesischer händler markenware china markenware gibt es bestimmt aber da ist auch eine gewisse wahrscheinlichkeit da dass es nicht so ist aber es gibt auch viele firmen die behaupten in deutschland oder niederland zu sitzen aber in wirklichkeit wenn man das im presse macht ganz genau wenn man es überhaupt mal findet dann sitzen die irgendwo in osteuropa im baltikum oder in bulgarien und da erkenne ich irgendwie wirklich gar keine seriosität so mein lieben ich bedanke mich für zuhören ich wollte beim nächsten video auch mal darlegen warum nischen parfüme einfach oftmals in den großen parfümerie ketten überhaupt nicht zu finden sind ja dann wenn ihr irgendwelche fragen habt ihr wisst ja besucht uns auf www.parfumshop.de oder schreibt uns eine whatsapp nachricht dann oder ja das wäre das beste oder direkt im video unten drunter schreiben soll ich bedanke mich